Hallo Freunde der Filmunterhaltung und herzlich Willkommen zu meiner Filmbewertung von dem Film Spider-Man Across the Spider-Verse. Eins schon mal vorweg, in dieser Filmbewertung wird es zu Spoilern kommen, die sich auf Teil 1 beziehen. Also solltet ihr Teil 1 noch nicht geschaut haben, dann guckt mal unten in der Videobeschreibung, da werde ich Teil 1 verlinken und dann könnt ihr euch den Film dann anschauen und dann an dieser Stelle weitermachen. Also ihr seid gewarnt. 3, 2, 1, los geht's. Ja, in diesem Film wird unser Miles Morales als Vollzeit Spider-Man jede Menge zu tun haben. Denn abgesehen davon, dass er Gwen unheimlich schwer vermisst und auch immer noch nicht so hundertprozentig mit seinen Fähigkeiten so klarkommt, tun ihm seine Eltern auch noch ein bisschen, ja, ihr nötigt es bei, um sein Chaos noch ein bisschen perfekter zu machen. Denn er soll dann an eine Uni gehen. Und, ja, die Uni, die sie sich vorstellen, die soll in Brooklyn sein, ist nicht so ausgestattet mit den Dingen, die Miles gerne hätte. Sondern er möchte gerne eine andere Universität besuchen, wo er dann besser mit diesen ganzen Zeitverschiebungs-Multiversums-Sachen alles besser experimentieren kann. Außerdem kommt noch ein neuer Feind ins Spiel, nämlich Spot. Denn was wir gar nicht so mitgekriegt haben, als diese ganze Maschinerie von einem Kingpin instand gesetzt wurde und in Gang gebracht wurde, wurde als, ja, sagen wir mal, Unfall ein Wissenschaftler in eine Art Gestalt verwandelt, die sich so ein bisschen, ja, sagen wir jetzt mal, teilweise durch den Raum bewegen kann und kann zum Beispiel durch verschiedene Spots, also die Punkte, weil er hat an seinem Körper diverse Punkte, die kann er irgendwo hin platzieren und kann zum Beispiel seine Hand an Ort A bringen und die Hand kommt dann an Ort B wieder raus, zum Beispiel. Klingt jetzt etwas komplizierter, aber wenn ihr den Film seht, werdet ihr das dann sehen. Ja, und dieser Spot macht Spider-Man natürlich ein bisschen, manchmal auch ein bisschen mehr das Leben schwer, denn als er dachte, er hätte ihn, muss er dann sehen, dass er ihn dann doch nicht hatte. Ja, und zusätzlich dazu öffnet sich doch auf einmal ein Portal und, ja, nicht nur Gwen kommt zum Vorschein, denn auch sein alter Freund Peter kommt zum Vorschein, aber auch eine Spider-Man Society kommt nach und nach immer mehr zum Vorschein, die aber nicht allemals wohlgesonnen sind. Und, ja, irgendwie wissen alle nicht so hundertprozentig, auf welche Seite sie stehen sollen und, ähm, auf welche Seite sie eigentlich tatsächlich stehen. Ja, so viel sagen wir mal so zur Story, denn ich möchte echt nicht viel verraten von dieser Story, denn der Film ist unglaublich genial. Also, ich hatte Teil 1 erst gestern gesehen, weil ich den damals irgendwie nicht gesehen habe. Der ist mir irgendwie durchgegangen, aus irgendwelchen Gründen. Mir ist da schon dieser extrem interessante Animations-Zeichenstil aufgefallen. Und der wird in diesem Film dann nochmal verfeinert, ausgeweitet, wie auch man es immer gerne sehen möchte in dieser oder anderen Szenen. Also, wir haben da natürlich nochmal eine Schippe draufgesetzt, was den Film nochmal nach vorne bringt. Außerdem finde ich auch, dass sich die Charaktere hier extrem weiterentwickelt haben. Und, ja, Miles kriegt immer mehr Struktur rein in seine Spider-Man-Fähigkeiten. Gwens Leben wird auch immer mehr, ähm, ja, auch chaotischer, was für sie hier das Leben auch nicht einfacher macht. Und, ähm, ja, auch Peter wird sich auch immer mehr weiterentwickeln. Und, ja, Peter ist und bleibt einfach so der Spider-Man, wie man ihn eigentlich kennt. So ein bisschen lustig, locker, nicht so hart und verbissen, wie manche anderen Spider-Mans da in diesem Spider-Verse so sind. Ja, also der Film macht einfach richtig Spaß. Also, auch wenn der Film die Zwei-Stunden-Marke knackt, so mit zwei Stunden 16 ungefähr, ist der Film aber keinesfalls langweilig. Ich fand den Film auch nicht langatmig. Also, da muss man natürlich sagen, haben sie es echt geschafft, diese über zwei Stunden mit sehr viel Story, mit sehr viel Emotion, mit sehr viel Drama, gut zu füllen, nur dass man wirklich im Kinosessel dann sitzen bleibt und denkt, boah, was kommt denn jetzt, was passiert denn jetzt noch? Und das haben sie so unglaublich toll gemacht. Was ich jetzt aber, ähm, nicht finden konnte, sind die neuen Synchronsprecher, die bei diesem Film neu aufgetreten sind. Also, ich hab im Internet geguckt, ich konnte bis zur Aufnahme nicht die neuen Synchronsprecher finden, die jetzt für die neuen Rollen dabei hinzugekommen sind. Ja, also, das ist auch noch so eine Sache, was ich schade finde, denn, ähm, ich seh zum Beispiel, dass, also, bei der amerikanischen Besetzung hab ich jetzt zum Beispiel keinen Synchronsprecher hier gesehen, wo ich jetzt sage, das ist jetzt Promi oder so, beziehungsweise ein Promi, den jetzt, den man jetzt hier in Deutschland zum Beispiel kennt, oder jetzt irgendwie ein großer Filmstar oder sonst irgendwas. Also, das ist jetzt hier nicht aufgefallen. Ich weiß jetzt nicht, wie das denn jetzt im Deutschen ist, ob da irgendwelche YouTuber, Influencer oder so, da irgendwas eingesprochen haben, kann ich an dieser Stelle jetzt nicht sagen. Was ich aber auch sagen kann, ist, der Film, der ist mindestens genauso gut wie der erste Teil. Nur mit noch mehr Chaos. Also, der Film ist teilweise wirklich reines Chaos. Da muss man echt am Ball bleiben. Da darf man nicht irgendwie mal eine Pinkelpause machen oder sonst irgendwas. Weil sonst verliert man da an manchen Stellen dann echt schnell den Faden. Was aber für die Story unheimlich wichtig ist. Da überschlagen sich manchmal so schnell die Ereignisse, da muss man einfach dann, darf man keine Minute verpassen auf jeden Fall. Das ist auch nochmal so eine Sache, die ich unheimlich spannend fand an manchen Stellen. Und was auch teilweise richtig cool war, man hat teilweise auch so, ein bisschen so die alten Spider-Man-Charaktere gesehen, die man jetzt, sag ich jetzt mal so von früher kannte. Die haben da echt viel eingebaut. Also, die haben echt, also die, also wer da alles da, ähm, mit an der Story gesessen hat und, ähm, an der Umsetzung gesessen hat, da müssen echt viele kreative Leute bei gewesen sein. Weil auf manche Ideen muss man erst mal kommen. Und welche Bewertung ich dem Film gebe, sage ich euch nach der Werbung für meinen Shop. Hallo Leute, hier ist der MC Rossi Fanshop. Hier gibt es vieles von euren Lieblingsstreamer und Content Creator. T-Shirts, Turnbeutel, Hoodies und vieles, vieles mehr. Geht auf den Link in der Videobeschreibung und holt euch eure Produkte. Hier gibt es jede Menge. Schaut es euch an und kauft fleißig ein. MC Rossi Shop. Alles, was ihr braucht. Ja, da sind wir wieder. Also, kurz zusammengefasst nochmal. Die Charaktere entwickeln sich weiter. Der Film macht richtig Bock. Der Film geht zwar relativ lang, aber ich finde, man hat da wirklich auch sehr viel Story und alles reingepackt, um diesen Film nicht langweilig werden zu lassen. Wie gesagt, Synchronsprecher, die neuen konnte ich hier zum Beispiel nicht finden. Fand ich jetzt, finde ich jetzt ein bisschen schade natürlich. Aber ich würde mir mal wünschen, dass es von diesen, ähm, Spider-Verse-Sachen mal ein geiles Videospiel gibt. Und als Morales gibt es ja ein Videospiel, habe ich aktuell noch nicht gespielt. muss ich demnächst auch mal machen, weil interessiert mich jetzt doch mal. Also da muss ich sagen, die haben echt nochmal Teil 1 genommen und den an vielen Stellen nochmal verfeinert, verbessert und alles. Und da muss ich sagen, Leute, echt Respekt. Und somit gebe ich den Film zwischen 4 und 5 Totenköpfen. weil so das ein oder andere kleinere Detail hätte man vielleicht nochmal besser machen können. Aber es ist Klagen auf hohem Niveau. Also der Film macht echt Spaß. Und somit kann ich sagen, Leute, wenn ihr Teil 1 schon gemocht habt, dann werdet ihr Teil 2 definitiv noch ein bisschen mehr mögen. Ja, das war meine Filmbewertung zu Spider-Man Across the Spider-Verse. Wenn euch gefällt, was ich mache, dann drückt doch mal den Abo und den Like-Button und schaut auch mal unten in die Videobeschreibung. Da sind ein paar interessante Links, die euch interessieren könnten und durch die ihr mich unterstützen könnt. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis demnächst.